Und moin Leute, herzlich willkommen, herzlich, äh, ja Leute, was geht herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute ein bisschen, äh, dieses Inception Control, was ich schon mal gespielt habe auf meinem Kanal. Vielleicht kann der ein oder andere sich noch an die Videos erinnern. Ich habe vier Parts davon hochgeladen. Und, ja, oh shit, ist die noch groß. Nee, ich bin raus von Design. Die ist mir dann allerdings doch ein bisschen zu groß. Auf jeden Fall werde ich hier heute noch ein Spiel spielen und, ja, ein bisschen labern. Einfach so ein bisschen labern. Ja, auf jeden Fall, ähm, ich habe eine coole Klepp, die ich spielen will. Bewert, let's go. Ist das Strafenband? Nee, das ist doch keine Strafenband. Aber warum lächst diese App so krass, äh, Map so krass? Auf jeden Fall, äh, 10.6. ist es so weiter, dann habe ich eine Runde PC, dann könnt ihr auch Onsid 2, Fortnite, Minecraft, whatever. Und ihr könnt natürlich auch Apps, äh, Map, äh. Spiele in die Kommentare schreiben, die ich dann spielen soll und dann halt aufnehmen soll und dann hochladen soll. Können alle was reinschreiben? Mach ich dann ganz gerne. Ich achte natürlich auf die Kommentare von euch, äh, außer Hellcounter, äh, die, auf die achte ich man so überhaupt nicht. So, das hier ist so eine schöne App, äh, Map, die heißt nämlich Rom, äh, Rom. Einfach nur Rom. Perfekt. Ein Dislike, unverdient, kommt sogar in die Favoritenliste. Ja, und diese App spielen, äh, diese, äh, Welt spiele ich jetzt. Hier ist einfach auch so. Irgendeinen. Der da wahrscheinlich noch hin sollte. Und der Doot sich hier einfach vertan hat. So, ich kann so weit gucken. Ich kann bis dahin sehen. Also gut. Ja, genau. Warum ist hier unten keine Ampel? Bro. Why is there not Ampel? Oh ja, ja. Fahr einfach. Fahr du auch. Bitte nicht den Bus crashen. Dankeschön. So, die Bahn darf auch fahren, weil die darf ja jetzt rum. Also, fahr mal hier. Zack. Du, bleib'n stehen. Du, nja, ich fahr'n. Ich hab doch extra gesagt, fahren. Warum tust du's denn nicht? Mann, ey. Eure meinen dürfen die jetzt fahren. Ihr dürft jetzt allerdings mal als erstes fahren. So, jetzt können die hier alle so fahren. Ja, diese Map, die kommt auch mal vom Rückenlisten raus. Und da kommt jetzt auch noch ein Dissage für. So, nein, Spaß. Ich find die App, äh, die Map eigentlich mega cool. Die App natürlich auch, aber die Map auf jeden Fall. Denn ich mag solche Apps tatsächlich, wo man so ein bisschen sagen kann, nee, du darfst jetzt nicht hören, aber dafür darfst du fahren. Ja, weil, ich hab' vergessen, was ich grad sagen wollte. Ohne Witz, ich hab's vergessen. Ich hab' vergessen, was ich sagen wollte. Ich hab' vergessen, was ich sagen wollte. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall finde ich es natürlich auch cool, natürlich mal wieder ein bisschen hier zu entscheiden. Wir fahren davon, wenn nicht. Nein, natürlich ist das Spiel darauf ausgelegt, dass es Spaß machen soll. Es soll Spaß machen das Spiel, natürlich. Und, whatever, wir sind jetzt im Station Bus Terminal, äh, Bus, Station Terminal, Terminal, Bus Station, Scheiße, ey, nee, Kopf, Aua. Nein, warum sind hier schon wieder so viele Ampeln? Mann, ich hasse es, wenn hier so viele Ampeln sind. Ja, immerhin. Immerhin hab' ich hier so ein paar Scheiter. Das ist doch schon mal sehr schön. So, gut, das fahren. Das Haus muss stehen bleiben. So, jeder fahren. Wie geht der Haus? Fußgänger hat es noch nicht. Right turn darf, east-west darf fahren. So, jeder fahren. Außer, nee. Also, was ist denn, was ist das? Pssp. Naaah, 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 naaah. Der ist einfach so in die Strecke gefahren. Einfach in die Strecke gefahren. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Okay, die warten sogar mal. Ja, und, äh, wer hat da wohl, äh, leichte, äh, schnussschmerzen? East, west, west, west side, brrrrgh Liter. Achso, das hier. Brumm Brumm! Da ist ja... Na die hat es irgendwie ein bisschen gekrattet. Ich guck mal ganz kurz ob es eine bessere gibt. Auf dem Feld. Nein, gibt es tatsächlich nicht. Warum halte ich das Handy so nahe an meinem Gesicht? Das ist ja schon wieder verstörend. Ja, keine Ahnung. Ich guck mal jetzt über die App. Da, das Station. Vom lieben große Ersteller. Da. Oh, Deutsch. Also der Bauer. Keine Beschreibungen hinzugefügt. Schade drum. Ich hab echt über eine Beschreibung nicht mal. Aber... Karten Version 1, Version des Spiels 1.0.2. Er stellt 2017. Bearbeitet auch 2017. Sogar an seinem Tag. Äh... Äh... Okay, die Map hab ich noch gar nicht gesehen, oder? So, ihr dürft fahren. Und du darfst 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 fahren. Oh, das war so klar. Ja, diese... Äh... Äh... Map... Ich weiß nicht, was ich zu dieser Map sagen soll. Ich... Ich... Ich sag mal so, sie gefällt mir. Aber ich empfehle sie nicht. Außer ihr steht auf Busse und Schranken. Dann spielt sie... Hier, roundabout. Roundabout. Und das ist doch mal ein schöner Nabel. Einer... Einer schönen Map. Ja, perfekt. Geil. Es ist sogar so eine Map, wie ich sie mag. Ich... Ich... Leute, ihr wisst nicht, wie sehr... Ach so... Was da hinten rum. Ihr wisst nicht, wie sehr ich solche Maps liebe. Ich liebe solche Maps über alles. Also Leute, jeder, der so eine App macht. Falls man Links schicken kann, schickt sie mir auf Instagram. Da heiße ich Jan Philipp Mayak. Ihr guckt einfach auch mal in die Videobescheidung des Videos. Da ist es auf jeden Fall auch noch mal drin. Blauen Busse, die da die ganze Zeit lang fahren. Ich krieg doch auch echt gar keine Kopfschmerzen von mir. Ich krieg doch auch echt gar keine Kopfschmerzen von mir. Der meiste... Meiste... Ich kippe. 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 Ich wöse ein bisschen. Ich kann es hier eigentlich hinstellen. Aber dann wird man nicht irgendwie aufheben. Egal. Wenn ich jemanden gar nicht hinterfinde... Ich kippe. Alles klar. Das kann ich jetzt auch so machen. das ist ein bisschen verhindern und alles was da nie die den Busslosen und die ganzen Busslosen und den anderen lassen sich da jetzt erst mal stehen der kann ich dir nicht einfach ein bisschen er chillen so den Lass uns vorfahren bis die Dauftehen so lange darf da keiner fahren nein das schrecklich ja dann lass mir den einer fahren denn die sind jetzt alle genau da kommt schon der erste wenn sie alle stehen wenn man wirklich gar kein Bus mehr bewegt lass ich die anderen auch runterfahren weiterfahren und weiterfahren effekt da halten schon die Busse ich weiß nicht warum ich das muss aber ich mag es so die ganze Busse können jetzt auch mal anhalten so müssen sie hier alle Perfekte halten so schon an die anderen Busse müssen noch fahren fahren die jetzt nicht? ihr könnt doch fahren tja lol wo kommt der denn her die die dann die 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 das ist die die das ist ein bisschen nervig, dass ich das hier vorschauen kann. EGAL! Das ist einfach so. Jetzt kommen natürlich die ganzen anderen Busse an. Ich weiß nicht, was jetzt einfach alle fahren. Bis auf den hier. Der muss jetzt stehen bleiben. Ja, es ist eine witzige Map. Ich muss schon sagen, es ist eine witzige Map. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, auf jeden Fall, das war es mit dem Video. Schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung vorbei. Da ist der Link des Spiels und auch der Instagram Account von mir. Ja, der Instagram Account von mir. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao!